Jetzt muss die auch mal erst mal in den Berg hochkommen Jetzt halt die schon wie... Das ist nicht sein Herz Bis die los sind ist die Runde vorbei Hallo und herzlich willkommen zu einer neunten Folge Heroes in Generals Heute wieder mit dem Chromix Hallo Ich weiß noch nicht warum der was auf Platz 1 steht Auf jeden Fall jetzt starten wir Am Anfang der Runde Starten wir jetzt direkt Ja Und dann wieder das Dorfschermützel Wo wir letztes Mal sag ich mal noch den zweiten Teil Abgeräumt haben Wo wir voll auf die Fresse bekommen haben Aber egal Ja Du hast abgeräumt und ich habe auf die Fresse bekommen Ah wir haben verloren Also haben wir alle auf die Fresse bekommen Wunderschön auch weil Ich krall mir den Wagen Wo ist die hier Ach da ist der Spot Ich muss erst mal ran Ja Boah Wie viele da drin sind Ich will mitfahren Kann ich da doch rein Ich glaube nicht Da komm ich immer noch rein Ich bin drin Du bist drin Super Yeah Ich bin viele da einfach drauf Alter Das ist übertrieben Hier ist ein bisschen Unfall Oh ich spot hier auf A-Seite Wollen wir den mal vom Fahrrad holen? Ich muss mal gesagt Lockstärke runter machen Das Auto ist ziemlich low Ich habe mich davon abgedrängt Alter das Auto ist voll überladen Ich würde sagen Du fährst nur mit dem Auto rein Auf Spot Und dann Und dann fahren wir direkt zu C durch Gleich So ein ganzer Arsch voll ist jetzt abgeladen Ich bin auch rausgegangen Oh du bist doch so einhoben Fah 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 Ah C wird gerade eingenommen Wir sollten vorher aussteigen Ja ok wir steigen Aus Und jetzt hier rechts in den Busch Erika C Oh was die Schweine Du bist rechts Valina Ja Linke Seite im Fenster steht einer Ja ich geh schon mal durch die Büsche Ich bin angeschossen Ich werd bei dir Der ist schon im Fenster gerade Jetzt seh ich den nicht mehr gerade Irgendwo auf dem Feld tut sich glaube ich auch was Ja auf dem Feld läuft einer Einfach ein Truck von uns anderen vorbei Hier wir haben weh Vor uns ein feindlicher Truck Ja die Jungs haben Alter Boah Alter Versuch bloß nicht über die Straße zu rennen Bis sofort down Hab einen Ne ne ich hab auch nicht vor Ich bleib hier in den Büsche Da bist du geschützt Die sitzen da unten in dem Busch Und rennen ey Hab noch einen Aber wie ich das jetzt gemerkt habe Bots verschieben sich immer leicht Ja Noch einen 3-0 Ein kleiner Cheater ne Weil C hockt noch irgendwo einer Ah das war noch Stein Die spawnen weiter außen Spawnen 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 da hinten Ja irgendwie so Die scheinen auch in dem Haus zu sein Ja ich komm gleich mal über die linke Flanke Ne Jetzt war keiner dran Ich bin aufs Spot Aber wir haben eh was großem geschossen Oh Deutschland hat er C neutralisiert Ah hier wird aber direkt wieder geschossen Da kommen neue Feinde Da fliegt doch irgendwas großes immer auf uns zu Ich verfisse mich jetzt sobald wir es eingemommen haben Nein Ich würde mal sagen Lass mal unsere Mission jetzt sein Dass wir es halten Ja ja deswegen Ich verfisse mich an die Mische Ja Ich probiere C und A mal zu halten Ich würde sagen Äh hinten auf dem Feld ist einer lang Äh kriege ich von hier nicht alles Ich schieße mit irgendwas großem, ne? Irgendwie so eine Feuerpatrone oder so Ja wahrscheinlich Irgendwie sowas in der Art Boah 25% Wir rasieren grad richtig Da kommt irgendein Fahrzeug auf uns zu Und wir werden beschossen Ich sehe das Fahrzeug Ja Alter Ich bin direkt wieder gelös Alter Ich glaube eigentlich Ich glaube die Leute lachen mich direkt erst mal eiskalt aus Na bei mir läuft grad richtig Nee bei mir voll nicht Ah hier kannst du nur Munition auffüllen Das ist ganz cool Hier sind ja schon viele bei mir Ja ich hab's direkt bekommen Ne zwei auf einmal rein Und hinter mir war auch noch einer Drei gegen einen Kein Truck hier? Nö nur ein Fahrrad Spawnter hier Okay Wohin willst du denn? Ich hab alle Spots Ich würd sagen C oder? Nehmen wir mal die über Landstraße hier Alter wie ich einfach grade nichts treffe Was hast du? Naja ich hab das äh Anfangsgewehr wieder ausgerüstet Aber ich hab ja noch ne Zielhilfe dabei Aber irgendwie ach keine Ahnung Ach wenn ich kurz Bissen Alter Ingame zu fahren ist auch cool 15 Äh ne Fast Fast Boah Hab was Verweiß Charlie Das heißt wir steigen gleich wieder aus ne? Jetzt würd ich sagen steigen wir aus Ja Ich will ja nicht reinfahren Du kannst in manchen Häusern deine Munition auffüllen Da musst du aufpassen Ach ich verkack das eh wieder Falls irgendwann Munition ausgeht Da brauch ich keine Sorgen drum machen So oft wie ich das verkacke alles Da kommt schon Tock auf uns zu glaub ich Ich will mal mit G-Granade Das ist voll bitter Die auf dem Fahrrad sind übel schwer zu treffen Wieder weg geflogen ist Hast du die Granate geworfen? Nee Ich bin zu blöd mit dem Granatenwerfer Eigentlich meine Fliegen aus Du weißt ja zeig zwar an wie die fliegen Aber irgendwie kommen die trotzdem Ich hab irgendwo noch einer zu sein Ich versuch dem zu helfen Von links schießen Also von Äh Von Norden aus schießen Hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns Ja deswegen ja Der Spawn ist aber übelst kacki Du musst jetzt immer bis nach C fahren Das ist echt normal Dabei verlieren wir Alpha Der ist in der kleinen Scheune drin Und neben der Scheune ist einer Ich hab endlich mal einen verwundet Wow Toll jetzt kommt der Wagen hier nicht mehr hoch Super Ich bin auf ner Steigung stehge Weil ich ja mitnehmen wollte Und dann kommt der Wagen hier nicht mehr hoch Wie geil Wolle einen in 11,2 in die Tür gegeben Ja 12,2 Alter Die holen die gerade bei mir Einen nach dem anderen weg Ja Mich mit ner Granate Toll Ja ich probier jetzt Alpha Zurück zurück Ich fahr den Bravo Vielleicht machst du dich dahin auf den Weg Ja Ich schnapp mir nen Feedskin Dann geht das ab Dann geht das ab Ja das geht ab 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 Da ist einer drinnen Über den Ende ohne Granate gelaufen Geht mal hoch Bravo sind welche von unseren Jungs auf jeden Fall schon Loll Ja er campt oben ein aber im C-Haus Ja der liegt da einfach oben Nicht einfach oben im C-Haus Das ist ein scheiß Camper Ich bin 4-3 jetzt 3-0 8-0-3 was soll ich denn sagen Bist du auch mit Vorarl unterwegs? Ne ich bin am A-B-A-Spot Ja du bist doch bei B Ich bin bei A Ach ne B Bei mir steht Chromix B Ich seh dich doch Ja jetzt mal Ob nicht nicht Hier ist doch irgendwo gegen an dem Umfeld So Ah ich seh Geh nicht raus Der campt auf dem Spot Ich hol mir den von hinten Ab ihn Sehr schön Ich will mal mit dem Mausrad absteigen Ich weiß nicht warum Ähm Bei mir könnte ich es mir erklären Ich hab nämlich dafür eindeutig zu viel A-M-A-3 gespielt Der spawn ist rechts von uns von denen ne Pass auf Spawn alle rechts von uns Deswegen fahr ich jetzt schön mit dem Fahrrad durch den Wald Und lass dich einfach zurück Das ist jetzt mein Fahrrad geklaut Ich wollt' ich vielleicht noch auf abhauen falls ihr noch nicht wissen Ich hoffe ich komm hier hoch Ich glaub nicht dass er so ne hohe Steigung kommt Ne kommt er nicht Warte bis da Herr ok Ich hab den schon wieder drauf Ich hab den schon wieder drauf Ist einer durchgekommen Alter Ich bin doch drauf Jetzt hab ich ihn Zwei Schüsse brauch ich die Waffe nochmal Aber ich muss erst mal treffen Ich hab glaub jetzt 10 für den gebraucht gefühlt Ähm Ja das sieht bei mir nicht anders aus In die Rennen ist das ziemlich schwer die zu treffen Aber wenn die fahren Ich bin jetzt im Spot Alter direkt nen Kopfschuss gegeben Ähm Alter Ich hab noch nicht einen Tod Alter noch nicht einen Ich seh die Hater Kommentare schon Hör du Noob Kannst ja gar nicht spielen Alter Spielt es selber Ich hab den 2 Hitmarker und der Ball hat mich immer noch weg Mann Scheiß Spiel Jetzt weißt du ja wie es mir geht Was ist nicht los Ich hab den 2 bei in der Oma kammer geschossen Meine Fresse Ich stehe ich wohl ein Fahrzeug Lass ihn zurück Ich will mitfahren Ja ich bin direkt wieder Alter Ich seh die nicht Ah Weißt du wovor ich die sehe Nein halt nicht auf dem Berg Oh nein Jetzt wird der auch auf dem Berg Das ist so Kannst du nicht anfahren du Dave Jetzt muss ich auch mal erstmal den Berg hochkommen Jetzt halt nicht schon wie Das hässst nicht sein Herz Was ist hier los Bis die los waren ist die Runde vorbei Jetzt läuft gleich der nächste Jetzt fahren wir fahren Okay wir haben es hoch geschafft Wie viele passen denn auch hier rein? Ich glaube einer passt noch ne? Ne an der Seite können die glaube ich auch hängen Achso ja okay Es ist ein Spiel zwischen Wahnsinn und Frustration Wenn du auf dem Berg scheitest Wenn du auf dem Berg scheitest Wenn du 5 mal anfahren musst Das macht auf jeden Fall Laune Ja Auch wenn ich die ganze Zeit auf den Sack kriege Wir müssen nicht mal mit den ersten 10 Was ist da los? Ich bin auf Platz 12 Ich bin auf Platz 12 Sollen wir dich hier halten Was will der bei A? Jetzt fahr doch Einer ist aufgesprungen Warte Da kommt einer auf A zu Oh jo Fuck Ich stecke auch aus Granate Deutsch Brandhaft B erobert Ah unter der Brücke Ganz ehrlich ich sehe sowas viel zu leicht Deswegen war ich auch schon immer besser in so normalen Rollenspielen Also nicht MMORPG sondern wirklich Rollenspiele Weißt du so wie altes Live oder sowas Das ist äh Wo du eigentlich zwar eine Waffe hast Aber nicht schießen musst Sondern weil du eigentlich viel mit Worten regeln kannst Da ich spiele zwar Shooter gerne Ich habe auch alle COD-Spiele gezockt Aber Was ist das da oben? Mit was schießt er auf mich? Kann ich dir nicht sagen Irgendwie ist Feuerfahrtsbruder oder so sah das alles Äh nee Hab ihn Alter ich hab ihn ja vielleicht Amerika hat A neutralisiert Ja ich bin tot Der einer hat 15,5 bei uns Der rasiert richtig Mh fuck fahre ich hier nicht mit äh Da musst du ewig warten äh Bist du mit Fahrrad schnell unterwegs Du kommst auf den Berg schnell hoch Okay wir haben jetzt keine Flagge mehr das ist nicht gut Du bist bei A ne? Zeig dir die oben an ob da noch ein Gegner ist? Ja Du siehst ja da 4,1 oder so stehen Niveau 4,1 Oben wenn du jetzt auf A guckst genau bei dir Steht der über die A wenn du es einnimmst Ich fahr gegen jeden Ich fahr gegen jede Stelle die ich von gegen fahren kann ey Hammer Das Problem ist auch dass ich beim Einnehmen Hallo Schicki Hallo Alter der übelst den Schaden bekommen Ich springe einmal zu uns Irgendwo aus dem Busch Alter Aaaaah Ich weiß nicht Was hat die denn für Patronen ey Die schießt mit Feuerkugeln Du bist sofort tot Oooo Aber Schicki Oooo Ich hatte eben 7,2 Jetzt hab ich 7,6 oder so Irgendwie so Da steht nicht Jaaaa Jaaaa Geh weg Ich will fahren Ne ich halt nicht Wir kommen sonst den Berg wieder nicht hoch Hier oben kann ich warten Aber nicht unten Ich fahr garantiert nicht 5 mal an Das dauert schon wieder lange Sei froh dass da nur einer war den wir mitnehmen mussten Komm den machen wir jetzt weg Oh Alter Teamkill Oh Du bist so alt voll Oh Ich dachte das ist aus bei dem Spiel Jo Ich glaube der ist geflogen Aber ich bin weggeflogen Sah auch schön aus Ich bin geduckt Geduckt Boah Oh Rechts Rechts In Wasser Ich steck aus Al Alter Es gibt es nicht Oh vom Truck Ich hab mich getötet sofort Ey Ich 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 hab gerade einen Schuss gesetzt Und in dem Moment flogen drei Schüsse auf mich zurück Teamkill bringt übrigens minus 10 EP hab ich fast gelernt Warte nimm ich mal mit Du kannst glaube ich besser auf Fahrrad fahren Davon will ich mich jetzt mal zeugen Ja ok Hab ich gesehen Alter Alter Du hast mich fast getötet Alter Wo ist der Das war der Penner Töte ihn nicht Lass dich dann lieber von Ne F1 melden Dass der mich verletzt hat Alter Kommen wir nie hin um Den kann man nicht töten Oder Alter wie viel Schuss ich brauch Der hat doch an Der cheatet doch Du musst uns mal pissen Hau ab hier Ja Warte ab Äh Ich sammle dich ein Ey was sei ein Honk Weißt du jetzt habe ich schon kaum noch Leben Kann ich mich gleich umbringen lassen Den war falsch an Ja Also auf dem Fahrrad nicht Ich kann nicht draufsteigen Weil du fährst Aber es wird durchlaufen Ach schickiii Körperliches Training 2 Guck Guck wäre jetzt nicht gelaufen Wenn ich das nie gehabt Den habe ich schon lange Ja Du hast doch das Spiel schon länger gespielt Als ich mit dem Ja Aber vielleicht eine Stunde Jetzt kommt die Granate des Todes Achte drauf Und sie fliegt Ach die Meuer Alter Die Granate mehr für das mega cool Mh Ich sag halt hier Ich wusste mit dir einfach gar nichts Guck mal wo sie jetzt hoch wie ich schweig bin Guck mal wo sie jetzt hoch wie ich schweig bin Guck mal wo sie jetzt hoch wie ich schweig bin Ja ich auch nicht Ich glaub von oben schießt der Honk Im A-Spot ist irgendwo einer Ja Mh Ah mein Freund Ich hab ich gesehen Jetzt aber das ist Ich kann auch nicht mal im Flug werfen Wie Kacke Ich krieg die nicht mehr über den Zaun Ich Camp jetzt Loll Loll Ich bin Mega unter Kurzfeuer Ich muss ja raus Hier rein Hier rein machen Loll wie die Schimmel Der Schimmel sitzt oben im Haus Und guckt die ganze Zeit die Treppe runter Das gibt es doch nicht Oh man Aber jetzt mal wieder ein Spock Wo bist du? Bist du noch in der Schlacht? Ja Ausnahmsweise mal wohl Oh du bist 9er Mit 08 Alter Was hast du? Jede Menge Pech Manchmal ist das auch auch Pech Du gibst den 1-2 Hitmarker Und die sterben immer natürlich Und die sterben immer natürlich in 3-1 Schiss Egal im nächsten Fall Dann besser Jawoll! Mein erster Kill heute! Wohoo! Wohoo! Hetziger Wunsch! Hehehehe Reste Runde fast zu Ende Der 1er Kill Und er feiert ihn sauber Äh Rechts bei uns Irgendwo von hier Irgendwo von hier Ach hier sitzt er Na von C schießen sauer mächtig Da oben aus den Fenstern ne? Mhm Ich probier mal die Seite zum Wechsel Um mich da anzusteigen Alter Weißt du Das mit dem Hinlegen Das muss ich mir noch anders umlegen Auf Z ist das glaube ich ne? Ja Das ist voll abartig ey Ist das oder das ist ein Schatten? Das ist ein Schatten Aber ich weiß warum man manchmal nicht springen kann Beim Springen braucht man auch Ausdauer Da hab ich einen Trott versenkt Nehm ich da auch einen Gegner Den hab ich nicht gesehen Lol Hab ich mich erschrocken Hahaha Ok Weißt du da versenkt? Da sitzt zwei im Wasser und müssen schwimmen ne? Ich will auch nicht schießen Da kommt einer von der Seite und bläst dich weg Das ist auch toll Kommt Fahrradrennen Hahaha Ja ich äh Komm mal irgendwie Sprint Ah du kannst sogar Sprint mein Fahrrad fahren Ähm wenn du äh die Taste rennst Äh drückst wo du auch Sprintest Weiß Ok Gut dass wir das auch mal mithalten Ich spiele das Spiel jetzt zum zweiten Mal Ah wie geil er hat mich ausgeschaltet Ich hab ihn ausgeschaltet Oh episch Ich hab wenigstens noch Wenigstens hab ich ihn noch gekillt Ist noch einen mitgenommen Jetzt hat der Wieder episch Ist einer Gas Oh jeder der jetzt noch kommt hat Pech gehabt Hast du hier irgendwo einen Busch? Hast du gesehen? Äh du glaubst doch nicht dass der zwangsweise da sitzen bleibt Doch da sitzt du Im anderen Busch Meine Fresse ey Nein Schicki ich dreh nicht um ich hol dich nicht ab Äh du brauchst auch nicht Also was ich probiere jetzt einfach zu den Gegner spawnen zu fahren Die gewinnen das jetzt sowieso La 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 Kannst du auch eigentlich auch Sprinten wenn einer hinten draus sitzt ja oder? Jawohl Boah die Stunts mit den Dingern sind einfach episch Hm Also das Spiel bei uns wird hauptsächlich aus Radfahren und Autofahren bestehen, dann kriegen wir nicht hin Ich glaube auch Und selbst das ist schon schwer Ah Ist er immer noch im Busch? Der Aslak sitzt nicht mehr im Busch 91% Da würde ich schon mal sagen Verabschieden wir uns schon mal von dieser Folge Ja komm Komix hat die ganze Zwei Kills Ich hab neun Beide haben zehn Tore Das heißt Beide ziemlich schlecht Dann würde ich sagen Tschau und bis zum nächsten Video Jaaaa ich würde auch sagen Tschau Da